Es ist traurig. Die Basis beraubt sich selbst jeglicher Wahlchancen. Ich war gerade zufällig in einer Talkrunde, wo die soziale Dreigliederung nach Rudolf Steiner vorgestellt wurde. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Misserfolg der Basis bei der Bundestagswahl mit nur 1,35 Prozentpunkten, wobei in Österreich eine Partei, eine impfkritische Partei, sofort über 5 Prozent gekommen ist, dass das in erster Linie an dem Flirten mit der doch etwas esoterisch anmutenden sozialen Dreigliederung ist. Hier vielleicht der schwerwiegendste Fehler ist zum Beispiel, dass bei der Gesundheitsreform ein Vertreter der sozialen Dreigliederung irgendwie sympathisieren mit so etwas wie einem staatlichen Gesundheitssystem. Richtig ist zwar die Öffnung für alle Behandlungsschulen und Varianten, aber es fehlt im staatlichen System die Leistungsmessung. Es fehlt die Leistungsmessung, die daraus besteht, dass Leistungsmessung verhindert im Prinzip die Fehlanreize, die entstehen, wenn in einem staatlichen Leistungssystem die Behandler ihr Geld sowieso bekommen. Dann fangen sie an zu gammeln, erfahrungsgemäß beschäftigen sich mit anderen Dingen, machen Dinge der Freizeit, in der Arbeitszeit, weil sie ihr Geld auch so bekommen. Und das heißt, man ersetzt bei einem staatlichen System, gibt es zwar dann nicht mehr so sehr den Trend, Profite dadurch zu machen, dass man den Leuten möglichst viele Operationen, Chemotherapien und sonstige Dinge verkauft, sondern die anderen Fehlanreize sind dann eben ja, warum soll ich überhaupt was tun, wenn ich doch mein Festgehalt bekomme und meine Leistung gar nicht gemessen wird oder erfasst wird, dann kann ich doch auch machen, was ich lustig bin und zweifelsfalls auch wenig. Und darunter leidet wohl auch das englische Gesundheitswesen. Und dann waren noch so ein paar andere Punkte. Auf jeden Fall auch im Rechtswesen, Staatsanwälte, Richter, Polizisten und so weiter. Überall kommt von der Dreigliedung nicht die klare Aussage, auch im Bildungssystem, dass wir die Leistung der Lehrenden, der Ärzte, die Leistung der Richter, Rechtsanwälte im Sinne einer Schaffung von Befriedung der Regionen, für die sie zuständig gemacht werden. Es fehlt also eigentlich alles Gemeinwohlwirtschaftliche und deswegen. Und ich glaube nicht, dass die Wähler solch ein schwammiges und letztendlich nichts Neues bringendes Konzept wählen werden. Also ich glaube, das wäre das endgültige Ende der Partei, die Basis. Also ich glaube, dass schon der Misserfolg jetzt einfach auf der sozialen Dreigliederung mit beruht. Nämlich, weil die so schwammig ist, war auch natürlich das gesamte Parteiprogramm so schwammig. Und dafür gibt es halt keine großgenügenden Wählergruppen. Ja, also von daher kann der Basis Deutschland nur raten, da der Basis Österreich zu folgen, die sich ja auch für eine Gesundheitsreform, zu einer Gesundheitsreform neigen, die endlich mal die Leistung, und zwar die Gesundheitsförderungsleistung und Krankheitsverhinderungsleistung, die präventive Krankheitsverhinderungsleistung der Ärzte und des Personals messen, sozusagen messen wollen und erfassen wollen und danach belohnen, quasi Belohnung für gesundheitsbewiesene Gesundheitsförderung. Das ist der richtige, das ist der gemeinwohlwirtschaftliche Ansatz. Also googeln Sie jetzt gleich PDG, Partei des Gemeinwohls. Ja, ich gucke gerade mal, habe ich ein Fählchen noch für Sie. Ja, genau. Googeln Sie einfach Partei des Gemeinwohls PDG. Und da liegt die Lösung. Und es ist traurig, dass sich die Basis im Prinzip aus meiner Sicht jedenfalls selber zerliebt, mit der sozialen Dreigliederung, die in die Mottenkiste der Geschichte gehört. Ja, tschüssi, bis bald.